Die USA stehen im Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft. Im ersten Halbfinale besiegte das US-Team die Mannschaft aus England mit 2 zu 1. Kristen Press brachte die Amerikanerin in der zehnten Minute in Führung, nur neun Minuten später gelang Ellen White der 1 zu 1 Ausgleich für die Lionesses. Starstürmerin Alex Morgan brachte die USA dann in der 31. Minute erneut in Führung, kurz vor Schluss gab es Elfmeter für England, doch Alissa Neha hielt den schwachgeschlossenen Strafstoß von Steph Houghton. Damit haben die USA ihre Chance auf den 4. WM-Titel gewahrt. Ihr Gegner wird morgen zwischen den Niederlanden und Schweden ermittelt.